hallo und herzlich willkommen mein name ist julia hagel und ich melde mich heute aus frankfurt weil ich heute nämlich mal rausfinden möchte was die frankfurter eigentlich so für wasser trinken ich bin sehr gespannt auf die erkenntnisse die wir gewinnen können und würde sagen wir legen einfach direkt los hallo und herzlich willkommen hier in der hamburger meile mein name ist julia hagel und ich freue mich riesig heute mit der triumph try action live show hier in hamburg zu sein wir haben ein super spannendes programm mitgebracht zum einen gibt es hier auf der bühne gleich live shows mit sportlern die verschiedene sportliche aktivitäten vorführen werden von power workout dance workout agro yoga alles ist dabei moin ich melde mich heute aus middelfahrt dänemark von unserer ostsee expedition es ist ganz schön knapp gerade team estd führt noch aber heute bei unserer nachtetappe da wird sich noch einiges entscheiden es wird ein bisschen stürmisch ein bisschen rau auf der see schauen wir doch mal was passiert und genau deshalb findet heute hier in stuttgart die fachtagung zum thema wirtschaftlichkeitsbetrachtung von patenten aus sicht von kmu statt hallo und herzlich willkommen mein name ist julia und ich freue mich sehr dass sie heute mit dabei sind